Hallo und herzlich willkommen bei Elder Demon Highlander. Es geht weiter in der Spoiler Season von Innistrad Crimson Raw und wir haben einen weiteren Commander für euch vorbereitet, den wir auch als Commander erhalten können in einem Preconstructed Deck. Der Name dieser legendären Kreatur ist Millicent, Restless Revenant. Er kostet insgesamt 7 Mana, 5 generische, ein weißes und ein blaues Mana. Allerdings kostet dieser Zauberspruch ein generisches Mana weniger für jeden Spirit, den wir kontrollieren. Dann erhalten wir eine 4-4er Kreatur mit Flugfähigkeit und immer wenn Millicent oder eine andere Nicht-Spielstein-Spirit-Kreatur, die wir kontrollieren, stirbt oder Kampfschaden zu einem Spieler zufügt, dann erzeugen wir einen 1-1er weißen Spirit-Kreaturen-Spielstein mit Flugfähigkeit. Das Wichtige bei dieser Fähigkeit ist zu bedenken, dass wir pro Kreatur nur einen weiteren Spirit-Kreaturen-Spielstein erzeugen können. Egal wie viele Schadenspunkte sie dem verteidigenden Spieler zufügen würde. Millicent hat mich, um ehrlich zu sein, ein bisschen enttäuscht, weil er mich zu sehr an Rana The Ever Watchful erinnert hat. Dies war die legendäre Kreatur aus einem Preconstructed Deck aus dem Kaltheim-Set und auch hier haben wir so ein bisschen mit Spirit-Kreaturen-Spielstein zu tun gehabt. Das Gute bei Rana The Ever Watchful war allerdings noch, dass wir hier so eine gewisse Fortell-Mechanik noch im Deck verankert hatten, was uns bei Millicent komplett fehlt. Karten, die wir auf jeden Fall spielen sollten, ist zum Beispiel Droggskull-Captain. Für insgesamt drei Mana haben wir hier einen Spirit, der 2-2 ist und Flugfähigkeit hat und andere Spirit-Kreaturen, die wir kontrollieren, verstärkt, nämlich mit plus 1 plus 1 und beschützt mit Hex-Proof. Das bedeutet, sie können nicht mehr das Ziel von Zaubersprüchen und Fähigkeiten sein, die unsere Gegner kontrollieren. Dies ist schon ziemlich stark, denn so können wir unsere ganze Armee so ein bisschen beschützen. Die Strategie von unserem Deck wird es nämlich sein, möglichst viele Spirit-Kreaturen-Spielstände zu erzeugen, um so eine richtig große Armee aufzubauen und dann gegebenenfalls mit ein, zwei Angriffen unseren Gegner zu überrennen. Auch wenn unser Commander Millicent eigentlich die Fähigkeit hat, dass mit jedem Kampfschaden, der zugefügt wird, auch ein Spirit-Kreaturen-Spielstein erzeugt wird, halte ich das für ziemlich unwahrscheinlich, dass wir dies in unserem Deck häufig benutzen können. Die nächste Kreatur in unserem Deck sind die Rattle Chains. Für insgesamt zwei Mana haben wir hier einen ziemlich coolen Spirit, den wir ausspielen können, denn er hat Flash, das bedeutet, zu jedem Zeitpunkt, wo wir auch einen Spontanzauber ausspielen könnten, können wir diese Kreatur ausspielen. Dann haben wir eine 2-1er-Kreatur mit Flugfähigkeit und wenn sie das Spielfeld betreten, dann erhält ein Spirit, den wir kontrollieren, unserer Wahl, Hex-Proof bis zum Ende des Zuges. Zudem können wir noch weitere Spirit-Zauber-Sprüche spielen, als hätten sie Flash. Dies ist schon ziemlich gut, denn so können wir spontan End of Turn unser ganzes Mana benutzen, um unsere Kreaturen auszuspielen, denn sehr wahrscheinlich werden wir auch in diesem Deck sehr viele Control-Elemente haben, weshalb wir unser Mana sehr gut managen müssen, damit wir das Board korrekt kontrollieren können. Die Rattle Chains helfen uns dabei, trotzdem den Board-State immer weiter ausbauen zu können. Da ich allerdings ein reines Spirit-Tribal-Deck ziemlich langweilig finde, habe ich mich entschieden, noch ein paar Shapeshifter mit reinzupacken, so zum Beispiel den Irregular-Chorhort. Für insgesamt 4 Mana haben wir hier einen Shapeshifter, der Changeling hat. Das bedeutet, er hat jeden Kreaturen-Typen. Zudem, wenn er das Spielfeld betritt, erzeugen wir noch einen 2-2er farblosen Shapeshifter-Kreaturen-Spielstein, der ebenfalls Changeling hat. Dies bedeutet, mit dieser Karte erhalten wir gleich 2 weitere Kreaturen, die wir als Spirit zählen können und somit unseren Commander um einiges vergünstigt. Der Shapeshifter schlechthin in einem Token-Deck ist allerdings die Mirror-Entity. Für insgesamt 3 Mana haben wir hier einen 1-1er Shapeshifter mit Changeling, also auch er zählt wieder, als jede Kreatur auf dem Spielfeld. Für insgesamt x Mana können wir seine Fähigkeit aktivieren, das heißt, wir können eine beliebige Anzahl an Mana bezahlen, die mindestens 1 Mana beträgt. Und dann bis zum Endeszug es erhalten Kreaturen, die wir kontrollieren, Basis-, Stärke- und Widerstandskraft von xx und haben alle Kreaturen-Typen. Dies ist enorm cool, denn so könnten wir, theoretisch wenn wir einmal einen Angriff planen, unser ganzes Mana offen halten, um unsere Kreaturen enorm zu verstärken. Wenn wir nämlich zum Beispiel 5 Mana in diese Fähigkeit reinpumpen, dann ist jede Kreatur per se von sich aus schon mal eine 5-5er-Kreatur. Mit den ganzen Verstärkern, die wir im Deck haben, wird dies enorm stark sein und gegebenenfalls unseren Gegner überrennen. Wenn nicht und sollten dann ein paar Kreaturen sterben, haben wir allerdings die Möglichkeit, mit Millicent mindestens für jede Kreatur einen weiteren 1-1-weißen Spirit-Kreaturen-Spielstein-Flugfähigkeit zu erzeugen. Um jede Kreaturenkarte in unserem Deck in einen Shapeshifter zu verwandeln, sollten wir das Artefakt Mask Wood Nexus spielen. Kreaturen, die wir kontrollieren, haben jeden Kreaturen-Typen. Dasselbe zählt auch für Kreaturen-Zaubersprüche, die wir kontrollieren, und Kreaturenkarten, die wir besitzen und nicht auf dem Spielfeld sind. Also mit anderen Worten, Kreaturen in unseren Friedhöfen und in unserer Bibliothek. Dies ist schon ziemlich cool, denn so ist garantiert, dass jede Kreatur, die wir kontrollieren, ein Spirit ist und dadurch wird unser Commander um einiges günstiger. Was allerdings auch notwendig ist, damit wir nicht die vollen 7 Mana bezahlen müssen. Zudem können wir dieses Artefakt für 3-generische Mana auch tappen, um einen weiteren blauen Shapeshifter-Kreaturen-Spielstein mit Changeling zu erzeugen. Selbst wenn unsere Gegner es also schaffen, dieses Artefakt zu zerstören, bleiben die Kreaturen-Spielsteine Changelinge, was bedeutet, dass sie auch nachdem das Artefakt zerstört wurde, jeden Kreaturen-Typ behalten und als Spirit in unserem Deck zählen. Wer es so richtig übertreiben möchte, kann dann zum Beispiel Kreaturen spielen, wie den Knight-Exemplar. Für insgesamt 3 Mana haben wir hier einen Menschen-Ritter, welcher 2-2 ist und First Strike hat. Allerdings besagt diese Kreatur auch, dass andere Ritter, die wir kontrollieren, plus 1, plus 1 erhalten und unzerstörbar sind. Dies ist schon ziemlich cool, wenn wir es schaffen, mit dem Maskwood-Nexus zum Beispiel jede Kreatur in auch einen Ritter zu verwandeln. Neben der Unzerstörbarkeit für Ritter können wir auch mit Sylvia Bridespear jedem Drachen in unserem Team Double Strike geben. Dies ist schon ziemlich übertrieben, denn eigentlich spielen wir ja ein Spirit-Deck, aber mit dieser ganzen Shapeshifter-Thematik in unserem Deck können wir es schaffen, sie sozusagen in Drachen zu verwandeln, mit dem Maskwood-Nexus, und so erhalten sie auch noch Double Strike. Was theoretisch auch noch die Fähigkeit von unserem Commander dann bei Kampfschaden zweimal auslösen könnte. Denn bei Double Strike wird zweimal Kampfschaden zugefügt und dies führt dazu, dass die Fähigkeit unseres Commanders zweimal auf dem Stack gelegt wird, sollte eine Kreatur ungeblockt zu einem Gegner durchkommen. Wer allerdings in dem Spirit-Charme des Decks bleiben möchte, sollte so Spirits spielen wie den Selfless Spirit. Für insgesamt 2 Mana haben wir hier einen Spirit, den wir opfern können und Kreaturen, die wir kontrollieren, erhalten dann auch Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. In einem Token-Deck sollten wir deshalb auch nicht auf das Eldrasi-Monument verzichten. Kreaturen, die wir kontrollieren, erhalten plus 1 plus 1 und haben Flugfähigkeit und sind unzerstörbar. Allerdings müssen wir zu Beginn unseres Abkipps dann eine Kreatur opfern. Wenn wir es nicht können, müssen wir das Eldrasi-Monument opfern. Dies ist in unserem Deck allerdings kein Problem, denn wenn ein Nicht-Spielstein-Spirit, den wir kontrollieren, stirbt, erzeugen wir einen neuen 1-1er-weißen Spirit-Kreaturen-Spielstein-Liftflugfähigkeit. Das bedeutet, im Grunde genommen wird die Anzahl an Spirits, die wir kontrollieren, erstmal nicht rasant geringer. Ziemlich gut passt dazu Angel of Flight Alabaster. Das ist zwar eine Engel-Kreatur, kein Changeling und kein Spirit, aber ziemlich nützlich in unserem Deck, denn zu Beginn unseres Abkipps können wir dann eine Spirit-Karte von unserem Friedhof zurück auf unsere Hand nehmen. Dies ist perfekt mit dem Eldrasi-Monument, denn so können wir theoretisch einen richtigen Spirit, den wir kontrollieren, opfern, also keinen Spielstein, und kriegen ihn im Anschluss durch Angel of Flight Alabaster sofort zurück und können ihn erneut ausspielen. So wird trotz Eldrasi-Monument Runde für Runde die Anzahl an Spirits, die wir kontrollieren, größer, denn durch unseren Commander Middicent erzeugen wir einen 1-1er-weißen Kreaturen-Spielstein. Eine solche Kreatur, die wir regelmäßig ins Eldrasi-Monument reinopfern möchten, ist Yosei the Morningstar. Für insgesamt sechs Mana haben wir hier einen 5-5er-fliegenden Drachenspirit und er hat eine ziemlich abgefahrene Fähigkeit, die besagt, wenn Yosei the Morningstar stirbt, dann übergeht ein Spieler unserer Wahl den nächsten Untap-Step. Zusätzlich können wir übrigens noch fünf bleibende Karten dieses Spielers tappen. Das ist schon ziemlich stark, vor allem wenn wir zum Beispiel mit Angel of Flight Alabaster ihn im selben Atemzug auch noch zurückbekommen könnten. So haben wir die Möglichkeit, die bleibenden Karten unserer Gegner so zu tappen, dass wir ihn in einer Angriffsphase theoretisch überrennen können mit unseren ganzen Spielsteinen. Ein Spontanzauber, den wir auf jeden Fall spielen sollten, ist Mystic Reflection. Dieser Spontanzauber kostet insgesamt nur zwei Mana und besagt, dass wir zunächst erstmal eine nicht-legendäre Kreatur auswählen müssen. Das nächste Mal, wenn eine oder mehrere Kreaturen oder Planeswalker das Spielfeld betreten, in diesem Zug, dann betreten sie das Spielfeld stattdessen als Kopie der ausgewählten Kreatur. Dies ist ziemlich nice, denn so könnten wir es theoretisch schaffen, zum Beispiel einen Angel of Flight Alabaster mehrmals zu kopieren, um mehrere Spirit-Kreaturen aus unserem Friedhof herauszuholen. Aber auch wenn wir zum Beispiel den Helm of the Host spielen und an Yosei ausrüsten, haben wir die Möglichkeit, diese Kopie auch nochmal weiter zu kopieren und mehrere 5-5er fliegende Drachenspirits zu erzeugen. Dafür lohnt sich meiner Meinung nach auch auf jeden Fall das Isochron-Zepter. Dieser Artefakt kostet zwei Mana und wenn wir es ausspielen, müssen wir eine Spontan-Zauberkarte mit umgewandelten Mana-Kosten von zwei oder weniger von unserer Hand aus dem Spiel entfernen. Und diese Karte ist sozusagen in den Isochron-Zepter imprintet, also verknüpft. Für zweigenerische Mana können wir auch das Isochron-Zepter tappen, um dann eine Kopie der imprinteten Spontan-Zauberkarte zu spielen, ohne die Mana-Kosten bezahlen zu müssen. Da wir allerdings nur einen Spontan-Zauber mit umgewandelten Mana-Kosten von maximal zwei imprinten können, spielen wir also mit dem Isochron-Zepter theoretisch die Spontan-Zauberkarte einfach aus. Das Gute ist allerdings, dass diese Karte nicht in den Friedhof landet im Anschluss. So haben wir die Möglichkeit, diese Spontan-Zauberkarte Runde für Runde erneut auszuspielen. Da macht es natürlich Sinn, zum Beispiel eine Karte wie Mystic Reflection reinzupacken, um Runde für Runde einen Token, den wir erzeugen, zu einer anderen Kreatur werden zu lassen. Aber auch wenn wir den Control-Aspekt in diesem Deck betrachten, macht es gegebenenfalls Sinn, auch einen Counterspell zum Beispiel hier reinzupacken. Wir haben also mehrere Möglichkeiten und Verwendungszwecke für den Isochron-Zepter in diesem Deck. Auch eine ziemlich coole Verzauberung ist Curt of Grace. Für insgesamt vier Mana haben wir hier eine Weiße Verzauberung, die uns zunächst erstmal der Monarch werden lässt. Das bedeutet, solange wir der Monarch sind, können wir zu Beginn unseres Endstips eine Karte ziehen. Wir werden allerdings diesen Status verlieren, sobald ein Gegner mit einer Kreatur Kampfschaden zu uns zufügt, denn dann wird dieser Spieler der Monarch. Zu Beginn unseres Abkipps erzeugen wir einen 1-1er weißen Kreaturen-Spielstein mit Flugfähigkeit, was schon ziemlich nice in unserem Deck ist. Sind wir allerdings der Monarch, dann wird dieser Spielstein stattdessen eine 4-4er weiße Engel-Kreatur mit Flugfähigkeit. Dies passt natürlich nicht ganz so in unseren Gameplan, allerdings ist auch ein 4-4er weißer Engel-Kreaturen-Spielstein enorm stark und kann uns in unserem Deck weiterhelfen. Wobei wir es allerdings darauf abzielen, eigentlich die Spirit-Kreaturen-Spielsteine zu bekommen, damit unser Commander günstiger wird. Unsere Gegner haben also hier einen Anreiz, uns gegebenenfalls doch nicht anzugreifen, obwohl wir der Monarch sind, denn die Spirit-Kreaturen-Spielsteine bringen uns ein bisschen mehr in unserem Deck. Die letzte Karte, die ich vorstelle, ist die Verzauung Anointed Procession. Wenn ein Effekt ein oder mehrere Spielsteine unter unserer Kontrolle erzeugen würde, dann erzeugen wir stattdessen doppelt so viele von diesen Token stattdessen. Dies ist natürlich ziemlich geil in unserem Deck, denn nicht nur unser Commander versucht Spielsteine zu erzeugen, auch die ganzen anderen Karten, die ich vorgestellt habe, zielen meistens darauf ab, mindestens einen Kreaturen-Spielstein zu erzeugen oder auf eine andere Art und Weise Kreaturen-Karten aus unserem Friedhof wiederzuholen. Mit Anointed Procession schaffen wir es also doppelt so schnell, die Spielsteine hochzuschrauben, um die kritische Masse zu erreichen, um unseren Gegner zu überrennen. Aber auch wenn wir es schaffen, Anointed Procession früh im Spiel auszuspielen und dann den einen oder anderen Spirit-Kreaturen-Spielstein erzeugen zu lassen, wird unser Commander auch sehr schnell sehr viel günstiger. Danke, dass ihr euch diese Folge bis zum Ende durchgeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal doch auf YouTube und hinterlasst einen schönen Kommentar. Ihr könnt uns allerdings auch auf Instagram folgen oder einer dieser beiden empfohlenen Videos als nächstes schauen. Wir würden uns freuen und sagen, bis zum nächsten Mal bei Elder Demon Highlander.